Auf dieser Togo-Tour, dass ich Yamatami ansagen darf. Und ihr müsst bitte ganz doll mitmachen, weil wenn das jetzt nicht ordentlich wird, dann muss ich das zehnmal machen, sonst bin ich nicht zufrieden, okay? Wir wollen das alle nicht, wir wollen die alle auf der Bühne sehen. Deswegen, bitte, begrüßt mit einem riesigen, riesigen, gigantischen Applaus zum letzten Mal auf dieser Togo-Tour unsere Star-Tagebuch-Band 2011, Yamatami! And now, live on stage, Yamatami! Alle Hände nach oben für Jazz und Matt! Und hier sind Tama und Miriam!